Hallo und herzlich willkommen meine Damen und Herren, ich bin's euer Cornelius von Cornel und ich begrüße euch zu diesem Video, ein kleines Update, viele haben es sich gewünscht, es ist nicht so, aber manche haben es sich gewünscht, ich werde mich heute mal versuchen kürzer zu fassen, einfach mal so ein kleines Update raushauen, eine kleine Info, wenn ich ein Video mache und das geht 20 Minuten lang oder so, schaut einfach in doppelter Geschwindigkeit oder in 1,5 facher, ich glaube man kann mir gut zuhören in doppelter Geschwindigkeit, aber in 1,5 facher Geschwindigkeit kann man mir auf jeden Fall zuhören, ich finde das persönlich immer sehr sehr angenehm, ich gucke voll viele Videos, die einzigen Videos, die ich nicht in 1,5 facher Geschwindigkeit gucke, sind halt Songs oder Gameplays, also Let's Plays, weil man möchte das natürlich dann schon vernünftig sehen, ja, ja, also alles wo es so um reines Quatschen geht, gucke ich in 2,5, ich rede schon wieder zu viel, Leute, was geht ab, ich wollte mich ja melden mit Updates regelmäßig und, Alter, habe ich Augenringe, ich habe, übrigens, mich fragen manchmal Leute, warum ich so eine dreckige Stirn habe, ich weiß es nicht, ich habe Augenringe und diese Augenringe gehen hier hoch, aber das liegt auch ein bisschen am Kontrast von der Kamera, die macht das ein bisschen stärker, glaube ich, ich weiß es nicht, ist auch egal, Leute, ich sehe halt so aus, ja, die Sache ist die, ich wollte ja regelmäßig die Updates machen, aber ich hatte heute einen Termin und deswegen war ich ein bisschen nervös und bla bla bla, die Sache ist die, ich habe ja beim letzten Mal gesagt, dass ich so ein bisschen auf der Jobsuche bin und ich habe danach einen guten Tipp erhalten, tatsächlich, habe mich dort beworben, habe eine Zusage bekommen und heute war gerade, war quasi so ein Informationsgespräch, so wie es ausschaut, ist der Job sicher, es geht nur noch darum, wann man quasi in die Schulung reingeht, es ist ein Homeoffice-Job in einer Kundenberatung, das heißt, ich werde dann von zu Hause aus Kunden beraten, das ist so das Perfekteste, was ich mir hätte vorstellen können und da werde ich dann bald starten, hoffentlich noch im April, das wäre natürlich das allerbeste, damit das Geld fließt, ihr wisst Bescheid, ne, die Paras müssen kommen und ich werde natürlich trotzdem dann weiterhin probieren, mich mit meinen, mit meiner Selbstständigkeit auch so weit zu arbeiten, dass ich mich selbst tragen kann. Kommen wir zum nächsten Punkt, Cornelius, wie läuft die Selbstständigkeit? Gut, momentan, ich habe angefangen LOL zu streamen, alle, die League of Legends mögen und ihr wusstet es vielleicht noch nicht, kommt gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei, ich habe die letzten anderthalb Wochen, ich glaube, ich habe im Schnitt acht Stunden pro Tag gestreamt, ich habe manchmal zehn Stunden gestreamt, ich habe manchmal, ich glaube, ich habe auch einmal, ich weiß nicht, ob ich zwölf Stunden gestreamt habe, ich streame jeden Tag acht, neun Stunden, außer heute, weil ich da halt eben diesen Termin hatte, ich bin da jeden Tag live, ich bin jeden Tag am Streamen, ich bin jeden Tag am hustlen, die Streams sind lang, das ist super nice, jetzt kam von Nintendo die Ankündigung im Juni, glaube ich, vom Super Mario Maker 2, das wird natürlich auch ein großes Ding, ich gehe stark davon aus, dass ich sehr, sehr viel Super Mario Maker 2 spielen und auch streamen werde, also wenn ihr auf die Sachen Bock habt, kommt gerne vorbei. Fitness will ich noch in den Stream einbauen, aber momentan war ich einfach so into League of Legends und so, ich habe halt einfach reingeböllert, dass ich das einfach nicht mit integrieren wollte und ich konnte, ich probiere momentan mich so ein bisschen festzusetzen in diesem League of Legends Bereich, um auch neue Leute anzutreffen und auf mich aufmerksam zu machen, aber ich will auch auf jeden Fall in den nächsten Wochen und Monaten auch wieder ein bisschen Variation reinbringen und dann auch dieses regelmäßige Sportding mit integrieren. Apropos Sportding, wie viel wiege ich, was macht die Fitness, die Ernährung und so weiter. Ich habe ja schon mal gesagt, glaube ich, aber ist auch egal, ich mache das momentan so, meine Hauptmahlzeit ist free for all, ich kann da fünf Packen Butter essen, wenn ich will, mache ich natürlich nicht, aber ich kann alles essen, was ich will, Pizza, Burger, bla bla bla. Was habe ich verändert? Ich habe aufgehört, Süßgetränke zu trinken, auch keine Pepsi Max, ich trinke nur noch Wasser, momentan Leitungswasser, weil ich, ja, das ist einfach am simpelsten. Ich trinke also momentan nur Leitungswasser, nur Wasser, es tut mir einfach mega gut, ich fühle mich super, seitdem ich Wasser wieder trinke, also so viel und nur noch. Es fühlt sich einfach super an. Ich habe eingekauft, ich habe mir Bananen gekauft, die habe ich gegessen, das war super, ich habe mir Brot, dunkles Brot gekauft mit Eiern, also das läuft alles, wie gesagt, ich esse momentan meistens zweimal, also einmal so ein bisschen Frühstück oder so und dann einmal die größere Mahlzeit. Das sieht dann so aus, dass ich, wie gesagt, mir zwei Bananen esse und dann halt mein Hauptessen und dann war es das für den Tag. Ja, was hat das gebracht, ne, obwohl, ähm, ich habe jetzt, ich habe ja gesagt, ich habe 192,5 gewogen ungefähr, das hat halt immer so geschwankt, 192,5, 193,193,5, also so um den Dreh. Ich bin jetzt momentan bei 190,8 oder so, also ich habe auf jeden Fall in den letzten anderthalb Wochen zwei Kilo abgenommen, ähm, ich bin auf dem Weg, dass ich unter die 190 jetzt bald wieder falle. Ich freue mich schon auf den Tag, wenn ich mich auf die Waage stelle und da steht 189 oder was auch immer. Das wird auf jeden Fall nice. Ähm, was jetzt in den nächsten Wochen dazukommt, ist, wie gesagt, Sport. Ich war jetzt auch noch nicht schwimmen, also das war einfach nur durch Getränke weglassen, äh, und durch keine Süßigkeiten mehr. Ich habe auch keine Mentos mehr. Seitdem meine Mentos leer sind, habe ich auch nichts anderes gegessen. Ich habe jetzt seit über zwei oder drei Wochen keine Chips mehr gegessen, keine Schokolade, nichts dergleichen, keine Haribo. Ähm, ja, und es geht mir gut, es geht mir gut. Ich fühle mich richtig, äh, voller Kraft. Ich fühle mich, ich fühle mich einfach echt extrem gut. Ich, ähm, habe wieder soziale Kontakte. Man merkt halt, sobald man, äh, soweit man sich wieder ein bisschen besser fühlt, ist es auch einfacher, mit Leuten in Gespräche zu kommen und so. Ich, ähm, werde mich jetzt bald auch, äh, mal wieder mit alten Bekannten treffen oder mit einer alten Bekannten. Ein bisschen Quality Time. Auch wieder ins echte Leben holen mit echten Menschen. Das wird auch super nice. Ich hoffe, dass ich in Zukunft auch mal endlich, äh, vielleicht Leute von euch treffen kann. Ich habe überlegt, glaube ich, vielleicht nach Köln auf die Demo gehe am 23.03. wegen Artikel 13 habe ich jetzt, äh, ja, ich weiß nicht, ob Leute von euch da sind. Vielleicht kann man da zusammen loslaufen, ja, es wäre mit Sicherheit nicht verkehrt, ja. Ähm, könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da seid, ob ihr da wärt, ja, ähm, Kritiker sowie, äh, Motivator, ne, ihr dürft gerne alle auch, äh, mich dann ansprechen und, äh, mir auch gerne alles ins Gesicht sagen, solange wir friedlich miteinander umgehen. Aber ich denke mal, das ist ja eh nicht die Frage, ne. Ich denke, es geht hier immer ja nur um die Sache und ich bin auch dankbar an alle, die, äh, mir in die Eier treten, die versuchen, mich aufzuwecken und so. Ähm, ich fühle mich gut. Ja, das ist alles, was ich euch sagen möchte. Wie gesagt, ähm, ich war gerade eben auf der Waage. 190,8 waren es, glaube ich, ähm, und ich wiege mich eigentlich jeden Morgen. Es ist halt immer ein bisschen schwierig. Ich habe, äh, ich habe, ähm, ähm, ich habe mich vor, vor vier Tagen, naja, ich weiß, warte mal, wir haben heute, wir haben heute, haben wir heute Donnerstag? Ich glaube, wir haben heute Donnerstag. Ich habe mich am Montag, glaube ich, einmal gewogen. Da hatte ich schon mal 190 und habe mich am Dienstag gewogen, hatte wieder 191,5 und dachte mir so, what the fuck, was soll das? Aber es ist halt auch normal, dass ich schwanke. Ähm, jetzt bin ich aber seit zwei Tagen schon bei den 190. Das macht mich sehr zufrieden. Also die Tendenz geht auf jeden Fall nach unten. Und das, wie gesagt, einfach nur durch ganz kleine Veränderungen, ähm, jetzt peu a peu will ich auch wieder anfangen, meine, meine Hauptmahlzeit aus, ähm, selbst gekochten Essen zu machen. Wie gesagt, Reis mit Pute und, äh, Gemüse, das wird so meine Hauptmahlzeit, weil ich das einfach liebe. Ja, Kartoffeln liebe ich auch. Ähm, solche Geschichten. Einfach, ich esse sowas wirklich sehr gerne und das sind so die Dinge, die ich einfach in mein Leben integrieren will. Ähm, und ja, das sind so die Dinge, die als nächstes anstehen. Wie gesagt, mehr selbst kochen, ja, mehr, ähm, nicht immer nur Fertigprodukte essen oder bestellen. Ähm, ich will unbedingt schwimmen gehen. Ähm, und, ja, ansonsten freue ich mich auf gutes Wetter und, äh, wünsche euch noch einen schönen Tag, Leute. Äh, ich hoffe, es geht euch gut. Ja, ich hoffe, ihr, ja, habt Spaß. Ja, lasst es euch gut gehen. Schaut gerne auf Twitch vorbei. Nervt auf Twitch nicht die ganze Zeit mit irgendwelchen, ne, es geht auf Twitch nicht ums Abnehmen. Ihr könnt gerne dazu Fragen stellen, wenn ihr vorbeikommt, aber es geht da auch ein bisschen ums Gaming, ja, oder einfach eine gute Zeit haben. Und, ähm, ja, lasst es euch gut gehen, Leute. Ich wünsche euch das Allerbeste. Wir sehen uns wieder. Und, ich, äh, ja, bin jetzt, äh, raus. Tschüss, Leute. Biddu. Pff. Bär.